So, ich bin auch wieder da. WB? Bis gleich, Mädels. Mautzi. Siehste, Truhe öffnen. Pgnetix ist noch nicht da, dann habe ich ja noch einen kleinen Moment meine Ruhe hier. Ah, verdammt. Die Kartoffeln mache ich gleich noch mal fertig, die mache ich noch mal auf den Grill drauf. Jo. Den Fisch, willst du den snacken? Äh, ja, gern. Hat er sich gedacht. Okay, den Anker können wir, glaube ich, einholen, oder? Ja, hier auf der Insel ist nichts mehr weiter. Ist das der hier, ja, ne? Äh, jawohl. Sehr gut. Ganz ausgabend, es gab noch fester Anker, oder nicht? Da bin ich verwirrt. Ja. Aber, ähm, wenn ich nicht recht im Sinne, war es hier so, dass sehr viele Sachen über Blaupausen laufen, die wir erst finden müssen. Hm. Das... Blaupausen... Müsste man die Blaupausen, die wir hier haben, nicht vielleicht auch über den Forschungstisch? Das weiß ich... Okay, ich hätte sonst ein Metall erstmal. Vielleicht mal wegen dem Müllstrom gucken. Hm. Will zudrehen? Ähm, na aktuell sind wir genau im Wind. Da vorne kommt der Müllstrom auch. Also, ich glaube, wir müssten jetzt tatsächlich nur ein kleines Stück nach vorne und dann vielleicht minimal links uns halten. Yes. Ich schau mal, dass ich uns einen neuen Wurfanker vielleicht zusammenkriege. Weil da vorne wäre dann nämlich nochmal eine Insel. Okay. Okay. Aber da ist eine Kiste da hinten. Mhm. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenig Palmenblätter Ein paar Palmenblätter kann ich gleich reinpacken Alles gut Flagge Ja, das war in diesem Geschenkpaket, hatten wir hier nicht noch irgendwas Ah ne, da hatte ich die ganze Zeit immer noch verschleppt Ich hab so ein Dekorationspaket, hab ich Ja genau, da war auch diese Flagge jetzt drin Wo ist's? Wie? Du gehst einmal kurz weg und kommst wieder Und sagst Was ist denn hier los, Mauti? Ja, bei 50 Euro fragt man sich Was hat sie jetzt gemacht in der Zeit, ne? Hi Hi Lass mich in Ruhe Geh weg man Niemand mag dich Hi Du bist ausgestoßen Ich will auch mal kurz weg gehen und dann so schnell 50 Euro in der Tasche haben Das ist aber Gibt da einige Clubs in Berlin Da kriegst du das hin Auch als Mann Ich hab mir einen Tickets verkauft für ein Konzert Hattet ihr mehr Lust auf Twitch für meinen Lieblings Stream Mauti Mauti Was für Tickets hast du verkauft? Er hat mich So, ähm Ich hab halt keine Axt, ne? Also ich bin auch ein bisschen unbedarft hier Die Frage ist Ob wir jetzt einen Anker brauchen, weil der bleibt hier stehen Ah, lieber auch nochmal sicher jemand Ah, sie Keine Axt habe ich jetzt auch gerade nicht Ja Aber wir können eine Hersteller So, und dann gibt's langsam das richtige Essen Haifleisch Boah, ich bin so schlecht, ne? Was solche Namen angeht und so Und Musik Also ich, ja, mit Sicherheit hab ich das schon Aber so, oder Aaaaach Doch, ich glaub ja Bitte gehen Sie! Lassen Sie mich in Ruhe So, jetzt könnten wir übrigens unter Wasser auch Ich werd mal gleich unter Wasser sammeln, weil der Hai ist gerade tot Heißt, der braucht ne Weile, bis er wieder auftaucht Heißt, der braucht ne Weile, bis er wieder auftaucht Ich glaub tatsächlich, dass man was Das was sagt, ich müsste Das nur mir einmal ergoogeln Ja und da gehst du nicht hin? Krass Da unten ist unser Floß Man sieht den Müllstrom Ziemlich cool Ist das so cool, dass es Nacht ist Dahinten ist ne, ist ne Truhe Ich probier mal eben schnell die Truhe zu holen Ja Also aktuell hast du zumindest vorm Hai halt ruhen Ne, und sollte man auch nicht allein lassen Mauzi, da hast du absolut recht Ich bin voll Verdammt Ich bin voll Verdammt Ich bin sowas und voll Aber meiner jammert gerade, dass er schon wieder Dost hat Und sollte man auch nicht alleine lassen Bring nicht Pignetics Dabei mach ich doch ja nix Hai ist wieder da Echt? Yes Der macht ja hier so komische Geräusche um mich herum Ja Der mich nicht, oder wie? Der macht auf jeden Fall komische Geräusche Speer ist kaputt Ähm Ich Kann aktuell gar nicht so viel loswerden, wie ich loswerden möchte Wenn ich kisten Yes Ähm Zwei Seile Hast du nur ein Seil vielleicht? Mhm 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 Aber dann kann ich gleich noch ne Kiste bauen Ich leg's dir in die Truhe Ja Ja Kunststoff andere Kiste herstellen So, eine Kiste mehr zur Verfügung Du hättest noch gerne Lego da und der Abend wäre perfekt Ähm Wow Ich hab tatsächlich überlegt Ob wir äh Also ich und meine Freundin Ob wir irgendwie auf dem Sofa Und ich den Den PC da hinstelle Vogelnest gelernt Hervorragend Wir haben ein Vogelnest Wir können Federn kriegen Geil Und ob wir Ob wir Ob wir Lego Saros oder sowas mal irgendwie spielen Ist ja mit Sicherheit ganz lustig Nicht Also wenn du möchtest kannst du jetzt einige Baupläne da lernen Oha Oha Oh ne Metallangel Wie nice Die ist eh bald hinüber Einige nicht Eine So jetzt Jetzt hat er analysiert Oh die Truhen Geil Dann haben wir Große Anbaufläche Dann haben wir die Metallachs Und wir haben den Metallschrothaken Ah das ist doch schon mal gut Am besten Wir fangen mit den Größeren Truhen an Eine Können wir Vielleicht machen Ein Scharnier haben wir Ne Ein Seil fehlt wieder Ähm Seile Warte Hier Erste Truhe hier vorne dran Den Rest kannst du mir gleich gerne Wir sonst wieder reinlegen Hätte ich gerne Alles aufbauen aus der Kindheit Oh ja Ich hatte früher so ne geile Lego Stadt So ne riesige Holzplatte Wo die Straßen drauf montiert waren Das war richtig nice Sammelnetz Acht Seilen Seile sind wieder drin Besser ist das mein Freund Besser ist das So und eine größere Kiste Metallachs und ein Bolzen Das lohnt sich grad noch nicht Das lohnt sich doch noch nicht Was ein riesen Lego Modell aufbauen Das wär nice Den Anker hast du schon abgemacht? Ne Oder? Bei der anderen Insel hatte ich den noch abgemacht oder? Ne Ist auf jeden Fall nicht mehr da Doch hier Ist ab Also gleich Vorne hatte ich den ab Jetzt ist er ab Äh Haben wir noch ne Planke Okay Füllt Wasser? Ich Ja Ich pack Planken rein Okay Ja Wenn wir nachher erstmal richtig Truhen haben und ein Sortiersystem dafür dann wird jetzt hier alles besser Ja Ist wie bei Lego erstmal alles sortieren Ja Ist wie bei Lego erstmal alles sortieren Shit hat er einen abgezwackt Mh Jetzt wirds langsam wieder ein bisschen gefährlich hier Wir müssen irgendwie an der Insel hier so ein bisschen vorbei Also ich setz ne ja ich will nicht das ganze Holz jetzt verbrauchen Machen wir schnell die Paddel kaputt Steinpfeil Erlernen Vogelscheuche Erlernen Gut Das haben wir So Machen wir mal gucken wo der Müllstrom jetzt denn ist Das geilste ist doch eh die Typen davon aufreißen oder? Hallo Der Müllstrom ist weg Da ist er Mh 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 Okay, die Angel ist kaputt. Schrott, zwei von drei, Bolzen, Schrott, Bolzen, Seil. Mein Haken ist kaputt. Komm mal her, ich packe hier in die erste Truhe, packe hier einen Haken rein. Äh, ich habe gerade schnell einen neuen gebaut. Achso, okay. Mein Gott, wollte nämlich eigentlich die Palmenblätter hier schnell mitnehmen. Dann behalte ich ihn. Ja, Palmenblätter für ein paar Seile wäre tatsächlich nice. Das war nix. Dann bin ich wieder runtergefallen, einfach. Ist er runterplumpst. Ey. So nicht, mein Freund. So nicht. Oh, das Sammelnetz ist teuer, ne? Das ist wirklich teuer. Mhm. Sag mal. Kau dir gleich einen Haken im Kopf. Ganz schön frech hier. Ganz schön frech. So, zwei Päckchen. Was haben wir da drin? Kapitän Sperr. Samtags. Ach, hier zeige ich wieder einen Sperr. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017